So, ich hoffe, der geht jetzt wieder an, weil wir sind jetzt hier. Herzlich willkommen zurück zum Start des zweiten Laufs hier in Silverstone. GSMF GT3 Cup 2012-2013. Siebter Lauf und wir sehen die Ampeln. Ab geht's. Oh, warten, 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 was passiert? Ich hoffe nicht allzu viel. Oh, ach doch. Bitte, mein Bild ist weg. Ich glaube, es war Christian Rückert. Vom Auto her würde ich sagen, das ist Christian Rückert, der auf dem Dach quer durchs Auto, durchs Feld geflogen ist. Ui, 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 ui. Oh mein Gott, das wäre natürlich super bitter. Ich sehe ihn auch jetzt nicht mehr bei den Top-Fahrern drin. Mein Gott, wo ist denn der? Oh, und da geht's hier wirklich... Auf der 30, auf der 30. Das war der Christian, der da auf dem Dach durchs Feld geflogen ist. Hier von... Ach, der ist schon weiter hinten. Ja, 29. Ah. Ne, das ist er auch nicht. Da vorne war er. Noch ein weiter vorne, da ist er, 27. Nö, aber zumindest... So, hier sehen wir das. Äh, gut. Äh, wirklich zu sehen ist es nicht. Man sieht jetzt hier nur hier eine Menge Chaos. Das sind aber Lecks. Hier sehen wir zumindest den Überschlag. Ah, er hat einen mitgekriegt. Er hat einen mitgekriegt, genau. Kolosche. Oh, ja. Oh, 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 oh. Da sehen wir mal, wie stabil so ein Porsche ist. Da vorne verabschiedet sich auch noch Meier, wie es aussieht. Wird aber da wieder gerade gerückt. Ja, sensationelle Bilder. Hier brechen die Gesetze der Physik. Geh mal wieder live. Ja. Auf die 2. Ich bin live. Robin Hasse fightet hier. Ich wollte eigentlich gerade so sagen, geh mal zum Julian, der nämlich auf der 2 noch fährt. Er hat nämlich einen super Start erwischt. Und hat uns wirklich Lügen gestraft. Er hat nur einen Platz verloren, Thomas Wickler war vorne. Aber jetzt hat er gerade noch einen Platz an den Robin Hasse verloren. Der natürlich auch super schnell ist, aber... Was ist denn der Rambo, der ist 16. Wollte ich gerade sagen, der Alex fährt auf der 16. Das heißt, wir haben Platz 1 des ersten Renns auf 16. Platz 2 des ersten Renns aktuell auf 25 jetzt. Wow. Ja, also das ist eine Entwicklung, die habe ich so überhaupt nicht... Also die hätte ich überhaupt über die Umstände gehabt. Nicht nur ansatzweise. Komm, ich mach mal eben schnell die Top 10. Thomas Wickler auf der 1. Robin Hasse auf der 2. Julian Siegelbiedel auf der 3. Achim Krause 4. René Herzig 5. Phil Ostaschewski auf der 6. Ja, Hammer. 7. Andreas Borde. Enrico. Enrico Herzig auf der 8. Sandro Petruschelle auf der 9. Alex Schweiger auf der 10. Kannst du mal sehen, wie da alles durcheinander gewürfelt wurde. Dennis Erner, ich sehe es gerade, auf der 15. Der kam irgendwie von 26. Oh, Ostaschewski macht hier Alarm mit René Herzig. Aber Frage nicht nach Sonnenschein. Entschuldigung, Ostaschewski hat gerade den Skilauf gewonnen. Den was? Skikablauf. Achso, ja, ja. Naja. Wer hat irgendwie im Swannom gewonnen oder so? Irgendwo in österreichischen Bergen. Ich habe mich von Skil verstanden. Entschuldigung. Dann gleich verschluckt. Ja, bei dem was hier passiert, kann man sich auch nur verschlucken. Wenn du mal ein bisschen nach vorne gehst, mal so Position für Position, dann kannst du sehen, wie eng die da alle noch hintereinander herfahren. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Soll ich dir was sagen? Alex Rambo, ausgeschieden. Did not finished. Ach, du heilscheiße. Eieieiei. Na gut, ich sag mal, ist ein blöder Spruch, aber er kann es sich leisten. Es ist einfach so, wer weiß, was passiert ist. Und werden wir sicherlich lesen. Bätestens im After Race Thread. Wir werden es gleich hören, da ist ja nochmal ein Interview hoffentlich. Ja, vorne unverändert Thomas Wickler. Vor Robin Hasse, Julian Siedelbiedel, Achim Krause und René Herzig. Wahnsinn. 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 So, jetzt gucken wir mal. Der war zwischendurch mal zwölf, da ist jetzt schon wieder zurück auf die 16. Also er scheint, das scheint wirklich ein Problem mit dieser Strecke zu haben. Ja. Ja. Da geht nichts nach vorne. Nee. Christian Rückert zurück auf die 20. Da hat es jetzt gerade, wen hat es denn da jetzt nach hinten geschoben? Den Maxi Wolter? Nee. Robert Stratner, oh, Rückert ist schon wieder zurück auf 20. Ja, fightet der gerade mit dem Robert. Und hat direkt den Michael Witz davor. Oh, der fährt jetzt schon wieder mit dem Messer zwischen 10, der Herr Rückert. Ja, das wäre jetzt so eine Situation gewesen, wo ich gerne mal Mäuschen gespielt hätte. Und er hat mir dann wieder, Pi, 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 Pi. Und jetzt muss man in so einer Situation, muss man ruhig bleiben, darf dem nicht ein Insekt fahren. Absolut, doch, er wird jetzt hier angreifen, wenn der gerade, der hat es jetzt halt in den Windschatten, geht nach innen. Und wird sich konsequent durchbremsen, ja. Ja, ja, ja. Und dann machen Stratner auch gar keinen großen Zicken. Mann, er hat es ja selber... Oh! War das die Boxeneinfahrt da hinten? Nee, ne? Echt? Upsala, oder kommt der da wieder raus? Oh! Und hier schießt er jetzt den nächsten ab. Den Stratner ab. Der war nicht schon vorbei, den Stratner? Ja, der hat gekontert. Der hat sich leicht verbremst, irgendwie in der Schikane. Ist der Stratner wieder vorbei? Guck mal, was ist das hier nochmal an, wir sind im Replay. Oh, das dürfte jetzt hier der, genau, das ist das Geholmanöver. Ja, der hat ein Problem mit dem Betz. Ah, ja, genau, hier kommt Stratner wieder vorbei. Ja. Oh, wer steht da? Zweiger. Ja, und hier, der bestand. Ei, 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 ei. Ach! Ich hätte wirklich gern jetzt den da drin und, ähm, also den, ja, ich wäre da jetzt, ich wäre da jetzt gern im Jern. Doch. Er wird selbst so rote Ohren kriegen, glaube ich. Vorne, Achim Krause auf die 3 vorgefahren. Vorbei am Julian, der jetzt langsam zurückfällt. René Herzig war auf der 5 und Phil Osterschewski hält sich auf der 6. Ja. Ja gut, aber die sind jetzt hier tatsächlich schon ein bisschen auseinandergezogen. Einzig Robin Hassel ist noch eine halbe Sekunde hinter Thomas Wiggler. Ja, und, aber, ja, Osterschewski hat jetzt hier Spaß mit Borde. Wann haben wir denn den Andy Borde zuletzt hier vorne gehabt? Das ist auch schon eine Weile her, oder? Ja, genau so lange, wie es mit dem Phil her ist, ja. Ja, kompios. Enrico Herzig auf der neuen Tom Krüger auf der 10, also genial. Ja, definitiv. Ich bin zwar ziemlich sicher, dass sich da noch ein bisschen was verschieben wird, aber trotzdem. Konpios. Ja, jetzt können wir auch mal vorne bleiben und die Jungs zeigen, die wir sonst nicht so häufig zeigen. Das finde ich klasse. Ja, genau. Ja, Christian Rückert kämpft gerade auf 16 mit Dennis Erner. Ja, die haben hier gerade vier oder fünfmal die Plätze gewechselt. Ja, die sind hier, ja, genau. Die sind hier gut zu dritt. Pid zu dritt. Blöder gibt's nimmer. Oh, oh! Sag mal, der Rückert ist ja wohl auch manchmal, also... Ja. Ja, gut, da hat er jetzt die Lücke gesehen. Ich meine, der Dennis hat den Michael so ein bisschen aufs Heck gefahren. Ist ja alles gut gegangen, ist ja alles gut, also... Ich wär da eh nicht gefahren, also... Ich frag mich nur, warum er es wieder am Platz verloren hat. Weil er nicht durchgekommen ist, weil er quer gestanden hat. Aber auch hier Michael und Dennis, genial. Nebeneinander durch die Kurve, also... Ja. Wow. So, und Dennis verliert natürlich jetzt den Platz hier an Rückert. Oh, und Rückert muss jetzt hier aufpassen. Ich meine, sie ist schon geil zu sehen, dass bei dem Porsche sich auch das Dach verbeult. Ich glaub, das haben wir noch nie gesehen. Jupp, das war, glaub ich, die erste Runde, die ich je gesehen habe. Mhm. So, jetzt gibt's hier den Angriff. Er versucht's außen. Er hat ein bisschen mehr Schwung mitgenommen und er wird sich jetzt außen durchbremsen. Ja, ja, der ist schon vorbei. So, aber mit den beiden hier wird's nach wie vor lustig. Mit Dennis Erner und Micha Betz. Und Dennis geht auch wieder mit vorbei. Kommt jetzt hier aber schlechter raus. Ah, dann kann ich ja gar nicht genug Schwung mitnehmen. Oh, das ist noch nicht vorbei. Nee, ich glaub auch nicht. Und recht dahinter haben wir dann irgendwie Fred Dohnke, André Burger und Michael Losche, die irgendwie auch zu dritt sich da käbeln. Ja, herrlich die beiden hier, echt klasse. Ja, das ist mal cool zu sehen. Und jetzt haben wir uns hier so schön im Mittelfeld ausgetobst und haben den Wechsel an der Spitze verpasst. Robin Hasse ist an Thomas Wickler vorbei. Richtig. Ja, das war schon gut zwei Sekunden. Oh, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ja, das sind so um die zwei Sekunden. Ja, der Robin, die Team fahren, oben, nachdem der Alex hier ausgeschieden ist. Ja, ja. Würde ihn vielleicht dann etwas beruhigen, besämtlichen. Christian Rückert, wieder zurückgefallen jetzt auf die 19. 20. 20, ja, da ist dann wohl wieder... Wollen wir mal gucken, was passiert ist. Was fährt er noch? Da er aber zu ziemlich alleine ist, mal davon aus, dass er hier irgendwie Bockwäsche gemacht hat. Was einfach übertrieben hat. Oh. Ich mach mal hier nach dem Leck aus. Achso, das war jetzt genau ein Replay-Leck. Ja, schade, das ist ein Replay-Leck. Da können wir nichts machen. Können wir leider nicht gucken, was sie wieder fahren ist. Ja, oder er hat so viel Spaß mit den Jungs. Das mach ich nochmal. Das machen wir nochmal, genau. Durchläufer, wir ziehen nochmal. Ja, großartig. Upsala. Er ist so ungebot, dass Alex gar nicht mehr dabei ist, ne? gerade im zweiten Rem sprechen wir doch häufig über ihn. Ja, ich hab da jetzt, muss ich jetzt ehrlich sagen, ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ne, die Jungs hier bieten so viel Action. Nee, nee, das ist schon, äh, natürlich fehlt der, ist schon ganz klar, schon alleine, um sich hier erstmal durchs Mittelfeld zu arbeiten. Aber wir müssten tatsächlich mal rechnen, wenn der jetzt in den restlichen Läufen lediglich den ersten Lauf gewinnt und dann den zweiten ausfällt, ob der dann nicht trotzdem noch Meister wird, also, mit dem, der hat ja über 100 Punkte Vorsprung, also, ähm, ja. So, der Herr Wickler, also hier ist es erstmal, so, guck mal mal, der Phil Osterschewski hält sich hartnäckig auf sieben jetzt, der Sandro Petruccello ist da durch, äh, wo haben wir es denn noch ein bisschen schmaler, äh, der Christian Rückert, ja, das ist klar, aber auch auf der 23 bei Yves Nekos, hier hinten, geht's auch noch ein bisschen eng zur Sache. Träume ich ja, dass wir echt lernfähig sind, ne, dass wir die Kritik der Community annehmen können, verarbeiten, das ist ja das Wesentliche. Man kann ja sagen, man ist kritikfähig, wenn man nichts ändert, muss ich sagen, das gefällt mir heute sehr gut. Ja, und hier haben wir auch direkt zwei Autos aus dem G-Cup, die gegeneinander hier kämpfen. Deutlich zu erkennen an den gelben Scheinwerfern und den gelben Nummern. Mhm. Das heißt, auch hier geht es richtig um Meisterschaftspunkte. So, der... Ja, der Frank ist jetzt wieder hinten. Vorne alles soweit im grünen Bereich. Bis auf... Achim... Ne, auch Achim Krause hat noch etwas über eine Sekunde Rückstand. Oh, wer... Was war das denn da? Wer ist denn da durch die Gegend geworbt? Äh, äh... Na, da haben sich zwei irgendwie verabschiedet. Ich versuch's mal hier irgendwie zu erkennen anhand der Zeiten. Gut, Milbenberger? Nee. Ich muss mich hier auch mal neu connecten, in meinem Timing. Ne, ich konnte es hier aber nichts erkennen. Ja. Vielleicht hat's hier keine Plätze gekostet, aber Felix Appelt und Kai Matz sind derweilen auch ausgefallen. Genauso wie Mario Schili. Ja, jetzt muss ich's gleich ganz am Anfang erwischt haben. Ja, Christian Rückert und Fred Dunkel. Die Wechselung hier dauert die Plätze. Der Christian fällt jetzt gerade wieder zwei Plätze zurück auf die 19. Und jetzt könnte es beinahe noch einen Platz gekostet haben. Nee. Da hat er jetzt erstmal ein bisschen Lücke nach hinten. Ja, dann habe ich das Auto schön über den Körper versetzt. Dann schaut doch mal bitte auf die Platz 11. Tom Krüger, Marco Meier, Daniel Streblow. Ja. Ja, auch der vor, der an die Borde ist, nicht dran, dann haben Enrico Herzig. Ja, auch Enrico, ne? Er freu dich weit vorne. Klasse. Ja. Ich glaube, der war diese Saison schon mal ziemlich weit vorne und hat's dann zum Ende hin versemmelt. Da hat er sich, glaube ich, tierisch geärgert. Ja, was willst du sagen? Also, eigentlich brauchen wir uns nicht mehr. Wie jetzt? Ja. Ja, also, die Bilder sprechen für sich. Also, ich meine, das ist ja... Oh, jetzt gibt's hier einen Angriff. Meierchen geht jetzt vorbei. Oh, das war aber auch ein extrem später Bremspunkt. Genial. Und das, was wir jetzt hier sehen, das kennen wir ja noch aus der Kindheit, das ist ein Auto-Quartett. Genau. Genau, ich hab mehr U-Frau, wolltest du. Ja, genau. Schönes Bordspiel. Riesenkirche. Schade, jetzt verliert er das Auto. Wie ärgerlich. War eine schöne, wilde Linie hier von Tom, Tom, früher war es, glaube ich. Äh, wer ist das hier? Ja. Auch ein G-Cup-Fahrer. Maxi wollte auf der 2... Äh, 12. Entschuldigung. Daniel Streblow hat jetzt ein bisschen Luft dadurch. Aber hier geht's noch zur Sache. Marco Meier und Enrico Herzig. Ja, da konnte er froh sein, dass der Meier da war, sonst wäre er abgeflogen. Ja, da ist der Wagen ein bisschen sehr heftig in die Kurve geworfen. Ja, hier vorne ist leider nicht so glücklich was los. Aber ist doch ganz ehrlich, ist doch toll. Da haben wir so viele Möglichkeiten, mal nach hinten zu schauen. Ja. Und wir sollten da tatsächlich mal auf die 14 schalten, den Sascha Landgraf. Genau. Der findet jetzt, so die letzten sechs Runden, findet er zu seiner Form. Er findet endlich mal Anschluss nach vorne. Ja. Ja. Mensch, Sascha, er ist aber wieder hier. Ja. Und jetzt geht er auch durch. Ja, sauberes Manöver. An der Stelle auszubremsen, da muss man schon wirklich konsequent sein. Super. Ja, das erledigt sich aber gerade wieder. Wenn das nicht ein bisschen optimistisch war, es war optimistisch. Das ist schon geil. Absolut. Das muss man sagen. Ja. Und letztendlich sind sie genau wieder in dem Abstand wie vor der Kurvenkombination. Ja, zeigt, es gibt mehrere Linien. Ja. Definitiv. Das macht er nicht. Nein. Das macht er nicht. Nein. Ja, ich sag ja, Landgraf und Parabolikas. Das ist so. Ja. Das ist so seins. Ja. Ja, da war jetzt ein kleiner Fehler vom Tom. Das hat sich jetzt hier, glaube ich, erstmal ein bisschen aufgelöst. Ja, nicht schlecht. So, gucken wir mal. Ich würde sagen... Nehmen wir mal die 26, genau. Ja, also... Wir sind jetzt hier in der ersten Runde nach dem Start. Ich dachte, wir fahren gerade die Einführungsrunde. Ja. Das ist der Hammer. Ja, frei Flipsen davor. Daniel Borowski, Michael Wenzel ohne Schulz. Also auch die ganz heiße Gruppe hier vom G-Cup. Und fünf Runden vor Schluss fahren die vier Jungs hier immer noch in anderthalb Sekunden. Nein, einer war ich nicht mehr? Na doch. Nur nicht nach der Position. Müsste Michael Wenzel gewesen sein, oder? Ja. Der da etwas groß die Linie gewählt hat. Ja. Da haben wir ihn. Ist der Team los? Ich will keinen Team haben. Haben wir ihm keiner angezeigt. Und da ging es über den Curb und ab dafür und Front weg. Ah, die letzte Ecke da war er gericht. Ja, wirklich. Den letzten Meter von der Mauer und da drückt er auch Escape. Sascha Landgraf ist auch raus. Was ist denn da passiert? Ja, jetzt versuche ich gerade noch rauszukriegen. Da fährt er. Dann war er irgendwie draußen. Oh. Das sieht mir nach dem Plattfuß aus. Ja, irgendwie. Upsalat. So, ich hab's eingeknickt. Ja. Dann hat er das geknickt. Gehen wir wieder live. Gehen wir auch live? Ja. So, da haben wir den Führenden. Dann auch mal ein Bild. Robin Hasse führt mit guten 5 Sekunden Vorsprung vor Thomas Wickler. Der wiederum hat knappe 2 Sekunden auf Achim Krause. Der mal wieder aufs Podest fährt und sich wahrscheinlich, ja, wieder im Riegelschwänzchen an Popo freut. Julian Siebenbiedel auf der 4, auf der 5 René Herzig, auf der 6 Sandro Petruccello, auf der 7 Phil Ostaschewski, auf der 8 Andreas Borde, 9 Marco Meier und die 10 Enrico Herzig. Ja, fragt sich halt, was mit den beiden passiert ist. Die sind ja aus der 2. Startreihe gefahren, hab ich jetzt gar nicht so richtig auf den Zettel. Weißt du da noch irgendwas mitbekommen? Bei wem genau? Petruccello und Meier. Auch Petruccello ist irgendwie der Reihe nach zurückgefallen. Den Marco Meier hab ich leider ganz, gar nichts mitbekommen. Ja. Aber, um nochmal kurz auf den Achim einzugehen. Er ist natürlich heute ein riesen Profiteur. Sascha Landgraf, out of order. Christian Rückert, jenseits der Punkte. Petruccello auch dahinter. Das sind alles die Jungs, mit denen er um Platz 2 in der Meisterschaft fährt. Ja. Das heißt, er wird heute richtig Punkte gut machen, nach vorne hin. Und ich hab's nicht im Kopf, aber er wird Plätze gut machen. Er ist aktuell vierter, zusammen mit dem Petruccello, wenn nicht sogar Platz 2 möglich ist, dann in der Meisterschaft. Nach dem Rennen. Also es bleibt spannend, auf jeden Fall. Ja gut, Rückert nimmt auf alle Fälle erstmal ziemlich Punkte mit vom ersten Lauf, keine Frage. Aber, wie gesagt, so ein Ausfall, oder so ein, ja fast Nullnummer, ich meine, er ist jetzt auf Platz 15. Ist natürlich dann schon heavy, weil, ja, wenn man ganz vorne mitfahren will, darf man sich sowas eigentlich, eigentlich gar nicht erlauben. Und das ist ja dann schon das dritte Mal in Folge. Und, ja, da muss ich mal ein bisschen schauen, dass er in einem Lauf da sitzt. Ach nee, das zweite Mal. Ja. Uppsala, das war jetzt aber eine späte Reaktion von Herrn Streblow und eine schöne Pioretta, hat er wirklich grandios gemacht. Hat ihm bestimmt jemand gesagt, du bist im Bild. Genau. Hat ihm eine schöne Schau geboten. Wo ist mein Zettel mit den Milchschnitten? Äh, für solche Sachen vergebe ich bei Simmerizing auch immer Milchschnitten. Gibt's dann irgendwann am Ende der Saison, so man die dann überhaupt verschicken kann. Das machst du nur bei denen? Sonst könnte ich auch eine Menge schon gesammelt haben. Ja, du hast, naja, aber, naja, bei dir waren's ja, war's künstlerisch nicht so wertvoll. Also, das muss ich ganz klar sagen. So eine schöne Piorette machst du selten. Und wenn, dann fährst du auch irgendwo in Dreck und, ja, du drehst dich ganz profan. Na gut, okay. Lass dich jetzt mal so stehen. Ja, kannst mir ja das nächste Mal gegenteilen, weil das hast du auch schöne Piorette. Wenn du so mit 10 Sekunden auf Platz 1 liegst. Ach, nö. Nö. Nicht für eine Milchschnitte, ne? Eng ist es, glaube ich, nochmal auf Platz 14. Guck mal. Ja, der Herr Erner. Dann auch mal wieder ein bisschen so in Richtung Punkte. Hat er den Tom Krüger vor sich. Und knabbert hier so Zehntel für Zehntel ab. Ne, er wird, er wird, äh, Christian wird er nicht einholen, der Atem. Das reicht, glaube ich, nicht. Aber, ähm, es geht schon, es wird deutlich enger da vorne. Um die Position 2, 3 und 4 in der Meisterschaft. Ja, kann uns ja nur recht sein. Und irgendwo brauchen wir ja die Spannung, weil die Meisterschaft ist es ja nicht mehr. Aber Platz 2 und 3, das wird noch richtig heiß. Ja, wenn der Harambo jetzt auch noch so ein paar Wurzböcke schießt, dann schon. Dann wird es auch da vielleicht nochmal spannend. Dann muss man sich aber auf einen Verfolger einigen. Und sich nicht die Punkte dauernd scheren. Wer verzichtet da schon freiwillig? Ja, ja, genau. So. Hast du, der Sascha ist zumindest schon mal im Forum. Okay. So, ich denke mal, Dennis hat die Situation jetzt hier geklärt. Ja, sieht schwerer noch aus. Maxi Wolter auf der Elf. Gucken wir. Definitiv. Jo. Direkt im Heck von Enrico Herzig. Ja. Und gleich in der Tür. Ja. Ah, das ist auch mal geklärt hier. Ja. Jetzt hat er es gut im Griff. Ja, in beiden Läufen, sechs Ausfälle. Wir haben jetzt noch zwei Runden. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt keiner mehr sein Rennen wegdrückt. Oh, jetzt hier. Wo wollt er denn da hin? Boah, Leute. Ja, auch in den Esses kann man verschiedene Linien fahren, wie wir gerade sehen. Ja. Ah, das hat er hier ein bisschen verloren, genau an der Stelle, wo es entscheidend wichtig war. Ja. Wir haben ja zwei Linien, die dasselbe Ziel verfolgen, auf unterschiedlichen Wegen kreuzeln. Also treffen spätestens am Ziel aufeinander. Oh, jetzt sind wir doch nicht dran. Aber Herzig macht das hier wirklich geschickt. Ah, das hat er da so ein bisschen den Scheitelpunkt verpasst, ob man jetzt nicht kreuzen kann. Ja. Upsala. Jo. Das war abzusehen. Und das war keine Schuld von Herzig. Oh, weiß ich nicht. Da war es schon komplett daneben. Und wenn ich so eine Linie fahre und mich verbremse, muss ich eigentlich zumindest eine waagebreite Bremse lassen. Verbremst hat er sich aber weiter vorne. Also er war da schon auf der Linie. Also, ja, das ist schwierig. Also ist aber nicht unser Job. Da hast du zum Glück recht, ja. Gerade um den Zweikampf. Also, obwohl da hinten scheint es noch mal eng zu sein zwischen Rückert. Der fährt nämlich jetzt hier auf der 14. Jo. Tom Krüger. Ja, überall ist hier echt einfach nur alles eng. Super. Ich bin doch total begeistert, dass wir heute uns so viel im hinteren Mittelfeld bewegen. Und übrigens, wir sind in der letzten Runde. Jo. Robin, hast du? Ja, dann gehen wir mal hin. Gerade mal rechtzeitig. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ein neuer Laufsieger. Genau. Ja, der wird sich doll freuen. Platz 2 für Thomas Wickler. Und auf der 3, Achim Krause. Julian profitiert endlich mal von seinem guten Startplatz, kommt auf Platz 4 ins Ziel. René Herzig, direkt dahinter, auf der 5, und Sandro Petrocello auf der 6. Phil Osterschewski auf der 7 und damit auch Doppelsieger im G-Cup. Andreas Borde auf der 8. Marco Meier, 9. Daniel Streplow auf der 10. Enrico Herzig dann auf der 11. Der freut sich auch. Ja, zu Recht. Sauberes Rennen. Hoppala, was ging da jetzt ab? Ja, das mag ich nur noch nicht. Maxi Wolter auf der 12. Dennis Erner, 13. Christian Rückert auf der 14. Der wird irgendwie den Kaffee aufhaben. Werden wir gleich hören. Tom Krüger auf der 15. Auf der 16. Mike Kolosche, 17. Robert Stratner, 18. Michael Beetz, 19. Yves Mekus. Auf der 20. André Burger. Auf der 21. Kurt Mildenberger. Ja, cool. 22. Ole Schulz. 23. Frank Flipsen. 24. Daniel Borowski. Auf der 25. Lars Borowski. 26. Alex Schweiger. Ja, ja. Axel. Ja, Mann. Jetzt habe ich das so schön gekriegt mit Borowski und Borowski direkt hintereinander fahren. Axel Schweiger. Axel Schweiger, 27. Michael Wirz. Fred Dunke, Jürgen Engelhardt und Dirk Sassmannshausen eine Runde zurück. Ausgeschieden. Sascha Landgraf, Michael Wenzel, Felix Appelt, Kai Matt, Alex Rambo und Mario Schilly. Ja. Ja, was ein Wahnsinn. Ja, was ein Wahnsinn. Wow. Also das ist definitiv ein Rennausgang, mit dem wir beide, glaube ich, im Vorfeld nicht gerechnet haben. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Also da hätte ich sogar dagegen gewettet, wenn mir das einer gesagt hätte. Ja, man kann der Meisterschaft nur gut tun. Also je mehr Laufsieger wir haben, umso besser finde ich es persönlich. Also wenn einer nur alle Rennen gewinnt, ist das toll für ihn, aber für alle anderen nicht. Und Robby Nassel, sein Teamkollege, ordentlich. Absolut verdient. Ja, Glück gehabt. So, dann wollen wir mal schauen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Also, das geht hier. Ich habe mir jetzt fast sowas gedacht. Weil wir haben ja unterschiedliche Punkteregelungen für die beiden Klassen, logischerweise. Also vorne gibt es schon ordentlich Punkte, nämlich 40 Punkte für einen Laufsieg. Und, ähm, 36 Punkte für den zweiten. So, und, äh, 32 für den dritten. Das heißt, ähm, dadurch, dass Christian jetzt 40 Punkte dazu bekommt, äh, 36 Punkte dazu bekommt, ähm, und jetzt im zweiten Lauf auch nochmal ein paar Pünktchen gemacht hat, wird der Vorsprung, den er vorher hatte, für Achim Krause nicht reichen. Also Achim Krause wird, äh, ihn nicht einholen. Aber, wie gesagt, er wird sehr, sehr dicht drankommen und, ja, es wird spannend. Es wird richtig spannend. Und wir wissen ja, der Achim ist ja nun auch nicht unbedingt wirklich langsamer als der Christian. Und wenn der so weiterfährt, so überlegt und ein bisschen guckt auch, ähm, keinen Bock missbaut, dann, äh, hat er richtig gute Meister, äh, richtig gute Vizemeisterchancen. Ich denke, das bleibt wirklich spannend bis zum Rennen, letzten Rennen, so wie es das hier darstellt. Da können wir uns noch drauf freuen. Ja. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Ähm. Hallo Kurt. Na ja, jetzt hat's endlich mal klappt, die ersten Punkte. Ja, ja, bleib du mal gleich hier, mein Lieber, dann nehmen wir dich jetzt hier gleich mal in die Mangel. Warum? Ja, einfach so, weil, äh, es lohnt sich doch. Also, ne, positiv in die Mangel, mein Lieber. Positiv. Ja, ja, nicht gesagt, das werde ich ausbringen. Ähm, Kurt, wenn wir dich gleich mal hier haben, mein Lieber. Klar, ältester Simracer hier in der Community. Äh, viel Spaß an der ganzen Geschichte und, ja, und viel, viel Geduld auch. Und ich sag mal, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Punkte du letzte Saison hattest, aber, äh, für diese sind's definitiv die Ersten. Und in, in der Hauptwertung. Und ich sag mal, ja, da muss man erst mal ganz deutlich gratulieren. Ja. Ich tue auch mein Bestes. Wie war's, wie, äh, im Ersten Rennen lief's ja nun mal mehr als bescheiden. Also, da... Das ist ein Rennen, ich hab zweimal einen Jucken gekriegt und das hat mich zurückgeworfen. Da konnte ich dann immer weiter. Ja, aber im Zweiten richtig gut, Platz 21. Ja, außer der, der Massekarambolage am Anfang schon schwere Arbeit da vorne gewesen. Das war ja Chaos hoch drei. Ja, ja. Ja, mein Lieber, auf alle Fälle hat's mal richtig gut geklappt und schön, dass du das hier auch mal reingeguckt hast. Ja. Definitive, also freuen wir uns auch wirklich. Wir haben's auch eben nochmal extra erwähnt. Und, äh, ja, coole Nummer. Ja, ich freu mich auch immer. Ich freu mich über alle. Genau. Ja. Okay. So, alles klar, Kurt. Auf alle Fälle, schönen Abend. Schreckt, Karls. Und guck's dir in Kürze an, wenn wir hier durch sind. Aber zehn Minuten später könntest du's dir anschauen. Ja. Kommen wir mal zum ersten Lauf. Und, ähm, ja, erstmal, wie machen wir denn das jetzt? Wie machen wir das jetzt hier mit dem Hasse? Geht ja gar nicht. Äh, den lassen wir weg. Den lassen wir weg. Nein. Nein, wir lassen ihn nicht weg. Robin, äh, wir nehmen dich, oder ich nehme dich jetzt. Nee, wie meinst du, das kann ich ja dem Jens auch nicht wegnehmen. Ähm. Fangen wir mit Platz zwei an. Ja, Robin, du kommst zum Schluss, genau. Okay. Ähm, fangen wir mit Christian an. Christian, erster Lauf. Äh, eigentlich die Welt in Ordnung, oder? Ja, kann man so sagen. Mit Alex war ja klar, dass ich den nicht da nicht hinter mir halten kann. Na ja, Moment, Moment, Moment. Also, äh, erstmal hast du den ziemlich geilen Start gefahren. Ja, gut. Da war ich selber wirklich sehr zufrieden. Ja, ja. Und dann, äh, hat Thomas den Alex auf anderthalb Sekunden hinter dir gehalten. Und Alex hat eine ziemliche Zeit gebraucht, bis er an dir frei war. Ja, klar. Das hat schon, naja, gut, es hat dann irgendwann geklappt. Und es hat ja auch nur deswegen geklappt, so einfach geklappt, weil du ja so einen ziemlich beknackten Fehler da gemacht hast, ne? Richtig. Ja. Wenn er weg ist, ist er weg. Ja. Ne, warte mal, du darfst dann nahtlos in den zweiten Lauf überleiten. Ja, was gibt's da großartig zu erzählen? Ich hab von Mike Kolosche, glaub ich, das war eigentlich, ich empfand's gar nicht so schlimm. Also, wir waren zu zweit in der Kurve nach dem Start und hab dann einen Treffer bekommen, aber dass meine Karre sich dann gleich überschlägt, damit hab ich auch nicht gerechnet. Ja, und danach ging's einfach nach vorne ein bisschen. Hab dann hochwertig noch abgeschossen, sorry. Ja. Es war auch eine blöde Situation. Ja. Aber, ja, zweiter Lauf war zum Vergessen eigentlich. Ja. Ja. Gut, ein paar Pünktchen hast du jetzt noch mitgenommen und durch den, wir haben gerade schon mal so kurz überschlagen, so ganz sicher bin ich mir noch nicht, aber durch das gute Ergebnis im ersten Lauf und ein paar Pünktchen gibt's ja im zweiten auch noch, kannst du zumindest erstmal die Position in der Meisterschaft halten, auch wenn's dann jetzt nochmal ein bisschen enger wird, aber gut. Ich denke mal, durchwachsen heute, oder? Ja, also, der erste Lauf war, bin ich mehr als zufrieden, gerade der Start, das war eigentlich immer meine Schwäche, ohne Kupplung zu starten, aber jetzt läuft das Ding wieder und seitdem geht's bergauf und Lauf 2, mein Gott. Ich glaub, Mike, das war keine Absicht, ich hab ihn nicht gesehen, er ist mir rein und dann hat's mich überschlagen, ich mein, das hätte auch ausgehen können, dass gar nichts passiert. Ja. Ja, Pech, einfach Pech, kann man anders beschreiben. Es sah auf jeden Fall sehr spektakulär aus, wie du auf dem Dach durchs Feld geflogen bist. Ja. Ja, wenn nichts liegt, dann wenigstens Action. Ja, genau, also, ich war auch völlig, also, ich weiß nicht, ob Alphons zuguckt, aber großartiges Schadensmodell, ich hätte nicht gedacht, dass das, ich hab schon so viele Autos gesehen, die sich überschlagen haben, weil das ein Dach so zerbeult aussehen kann, hab ich in der Faktor noch nicht gesehen. Ja, wunderschön, ne, vor außen stehen wir zumindest. Ja, ganz grandios. Ja, äh, ja, Mensch, Alex, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, also erstmal, erster Lauf, ganz klar, blitzsauberes Rennen, überhaupt keine Frage, auch keine Fehler gemacht, trotzdem du hinten warst, und, ähm, 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 ja, hast du wahrscheinlich auch ein bisschen dich zusammengenommen, weiß ich nicht, aufgrund der Kritik vom letzten Rennen, auf alle Fälle blitzsauberes Rennen, sauber nach Hause gefahren und einen sehr, sehr geilen Fight mit Christian, erzähl mal. Ja, also wie du schon sagst, äh, mit dem ersten Lauf, äh, bin ich mehr als zufrieden. Mein Start war diesmal komischerweise, ja, eher enttäuschend, für mich persönlich jetzt, ähm, ja, und, äh, war natürlich, äh, schön von, von, äh, Thomas, dass er da so ein bisschen Christian den Rücken freihalten konnte, ein paar Runden, und dauert natürlich immer seine Zeit, bis man, ähm, einem so vorbei ist, und, ja, dann, ähm, habe ich halt versucht, an Christian ranzufahren und ihn irgendwann dann, äh, zu überholen, da hat er dann, äh, den Fehler gemacht, ähm, ich glaube, äh, letzte Kurve war's, in der Links beim Anbremsen, und, äh, dann konnte ich mir das Rennen eigentlich einteilen und, äh, zu Ende fahren. Ja, zweite Rennen war natürlich, äh, heute nicht so mein Ding, ja. Erzähl mal überhaupt, wie, 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 äh, gut, du warst auf einmal auf 15, und dann warst du raus. Erzähl mal, was, was passiert. Ja, also der Start war im Prinzip, äh, gut von mir, und erste Kurve ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, ja, gerade wenn man, äh, von 10 startet, ähm, dann ist man ja in dem, in dem Gewühle drin, und, äh, irgendwie ist in der ersten Kurve ein bisschen was schief gelaufen, also Christian kam dann irgendwie links, äh, schon, schon schräg angefrohen, und, ähm, ja, irgendwie war dann keine Ahnung, wer vor mir hat sich quergestellt und, äh, konnte dann nicht mehr ausweichen, bin dann rechts in die, äh, Boxenmauer reingeknallt, äh, genau aufs Rad vorne rechts, und dachte dann, okay, ähm, teste weiter, versuchst du das Beste draus zu machen, aber mein Auto war so krumm. Beim Anbremsen ging der nur rechts links immer und konnte überhaupt keine Zeiten mehr gehen und, äh, bin dann in der zweiten, dritten Runde, äh, nochmal eingeschlagen rechts, und dann hab ich gedacht, okay, hörst du auf, hat keinen Sinn mehr heute. Ja, 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 ne, ist keine Frage, aber wie gesagt, wir haben mal kurz drüber spekuliert, was eigentlich passieren würde, wenn du die ersten Läufe regelmäßig weiter gewinnst und in den zweiten ausfällst, also es würde zumindest spannend, aber ich glaube, ähm, wirklich schaden kann es dir nicht mehr, aber wir werden mal gucken, also was, was, wie sich das weiterentwickelt, die Tendenz erschrickt, bist du da drüber, erschrickst du über diese Tendenz, so, der letzten drei Rennen, Monaco, Bransage und heute, in den zweiten Läufen jeweils, machst du dir darüber Gedanken? Ja, was heißt Gedanken, also man kann es, äh, jetzt entweder so interpretieren, äh, dass ich vielleicht in den ersten drei Läufen Glück hatte, im zweiten Rennen jeweils, äh, auch da gab es ja die ein oder andere Kollision nach dem Start und, äh, da hatte ich vielleicht mehr Glück als, äh, in den Rennen jetzt und ansonsten, ja, passiert halt, ne, wenn man, äh, wie gesagt, äh, nicht von vorne, von vorne startet und einfach vorne wegfahren kann, ist natürlich schwer, dass da halt nun mal eine Kollision passiert oder nicht, äh, ist normal, klar, schade, dass die letzten drei Rennen, ähm, so ein bisschen daneben waren, aber gut, gehört dazu und, äh, wir versuchen einfach beim nächsten Rennen wieder, ja, ein paar Sachen besser zu machen oder einfach, äh, mehr Glück zu haben als jetzt. Ja, also, nicht schlecht und, ähm, wir werden sehen, was, wie sich das in den weiteren Rennen entwickelt und, ja, ich hoffe mal, dass, ja, das nochmal ein bisschen spannender wird, dass du dann nicht die ganzen zweiten Läufe jetzt ausfällst, äh, ja, und dann würde ich sagen, nochmal herzlichen Glückwunsch an das Podium des ersten Laufs, ähm, zumindest an die ersten beiden, weil der, der Drittplatzierte des ersten Laufs, der kommt ja noch zu seinen Ehren, nämlich jetzt durch Jens. Genau, aber, bevor wir dahin kommen, sind wir erstmal beim Achim. Achim, mal wieder auf dem Podium, finde ich absolut klasse, freut mich riesig, ich hatte aber im Qualifying so ein bisschen das Gefühl, dass du dich ein bisschen schwer tust, oder? Ja, im ersten Quali ging's eigentlich noch, ne, da war die Zeit noch okay, war eine 2.006, glaube ich, aber im zweiten, äh, ging irgendwie, ja, nichts mehr, ach, keine Ahnung. Ja, ähm, hat im Setup nichts geändert, bin im selben Setup gefahren, warum das ja nicht ging, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber unterm Strich hast du, glaube ich, zweimal ordentlich Punkte eingefahren und, ach, scheiße, eigentlich, für mich war das eigentlich hier Schadensbegrenzung. Ja, das war, ja, ich hab mit so viel Plätze, mit so, mit so, mit so einem guten Platz hab ich nicht gerechnet, wollen wir mal so sagen. Ole Hedda, ich wollte auch wieder kommen. Ja. Ähm, ich hatte mit so einem, äh, guten Platzierung gar nicht gerechnet. Im ersten Lauf war okay, sechster Platz, im zweiten Lauf, dritter Platz ist natürlich super, leider ist dann mein Teamkollege leider ausgeflogen, im Fall zu Ende, glaube ich, ähm, müssen wir leider ein bisschen Punkte lassen, der Klub mal in der, äh, Teammeisterschaft, aber, äh, was soll's, nächstes Rennen wird wieder besser. Ja, in der Teammeisterschaft haben der Robin und der Alex heute natürlich mächtig Punkte gemacht, aber was mich betrifft, du hast ordentlich Punkte gut gemacht und gerade so der Kampf und Platz zwei in der Meisterschaft, der wird, glaube ich, jetzt mal so richtig eng und dadurch hast du mit, jetzt wieder mal Podium schon, ja, einen Grundstein gelegt, um für eine Mauer zu bauen für den zweiten Platz in der Meisterschaft, das ist also gut möglich, also, da ist zufrieden. Jetzt glaube ich, ja, ich bin, da bin ich auch, bin auch super zufrieden, da ist eng, äh, vorne, ich glaube, der, der, äh, Christian ist, glaube ich, punktgleich jetzt, ne, wenn ich mich nicht irre. Ich, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ganz einholen kannst du nicht, aber, ähm. Aber knapp zumindest, ist knapp, ja, 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 ja. Ist knapp, ja, ja, ja. Es wird ganz eng, mhm. Nee, war, du, bin super zufrieden. Schön, so soll das sein. Thomas, dich auf der zwei, ähm, ich habe irgendwann, ich glaube, vor, es war ein Warm-up, als ich so die Punkte gemacht habe, gesagt, der, wer, der Lutz, Lutz, bist du noch da? Ja. Durch dich höre ich mich doppelt. So. Äh. Mhm. Okay, also. Da habe ich nur gesagt, der Thomas, der ist gut in der Meisterschaft platziert, hauptsächlich dadurch, dass der immer wieder solide, gute Punkte einfährt. Jetzt bist du hier Zweiter. Du warst so auch einer meiner Podiums-Favoriten, nachdem ich die Startaufstellung gesehen habe vom zweiten Rennen. Ähm, klasse, du musst auch nicht mehr zufrieden sein hier, oder? Ja, der zweite Lauf war natürlich klasse, hat gut geklappt. Ich konnte auch gleich Julian schnappen am Anfang. Das hat natürlich geholfen, wenn du vorwegfahren kannst. Dass der Robby mich dann noch geschnappt hat, na gut, er war definitiv schneller, insofern ist das halt so. Aber, wunderbar. Und, bleibt Platz 2 in der Meisterschaft dann dein Ziel, oder? Haha, ja, es fehlt ja nun komplett Frankfurt, das war ja ein kompletter Nuller, da bin ich ja gar nicht gestartet. Und das hat sich natürlich gleich in den Punkten niedergeschlagen, wenn du da einen kompletten Doppel-Nuller hast, das schlägt natürlich richtig rein. Insofern mal gucken, wo wir landen. Ja, wohl klar, es ist ein kleiner Break dazu, Platz 6, aber die Saison ist noch lang. Und wenn du weiterhin so solide Punkte einfährst, bleib dran. Ja, auf jeden Fall. Haha. Ja, dann sind wir eigentlich fertig, oder? Ja, ja. Also, war schon mit euch. Nein, wir haben natürlich heute irgendwie für mich den Matchwinner, den Big Pointer, Robin Hasse. Habt das schon in den Hotlabs gesehen, ich hab das in den Quali-Zeiten gesehen, du bist hier extrem stark und eigentlich direkt der zweite Mann hinter dem Alex. und bist auch gerade, wie ich finde, im ersten Rennen, da müssen wir ja mal zuerst drauf eingehen, ein super, super starkes Rennen gefahren. Du hast am Anfang Plätze verloren, du hast einen Fehler gehabt, du warst Zehnter und bist du da auf den dritten Platz vorgefahren. Also, du hast sicherlich die meisten Plätze nach vorne gut gemacht. Das war klasse mit anzusehen, tolles, starkes Rennen. Ja, also, der Start war natürlich gut. Ich konnte den dritten Platz behaupten vor den anderen. Und, äh, zwei Runden später hab ich mich ja gedreht, wie du gesagt hast, durch einen Fehler. Und, ähm, ja. Ab dem Punkt hab ich mir gedacht, äh, ja, jetzt greifst du nochmal an, holst wichtige Punkte. Und, äh, ja, dass ich halt so weit nach vorne kam, also hab ich mich nicht, äh, ausgerechnet. Und, ja. Freut mich. Das glaube ich dir gerne. Wir haben zwischendurch mal ein bisschen spekuliert. Wer ist bei euch der Setup-Bauer? Ähm, also, das Setup, was wir jetzt, äh, jetzt, äh, jetzt. Äh, in Silverson gefahren sind, hat der Alex gemacht. Und, ja, dafür danke ich ihn auch nochmal ganz herzlich für. Und, äh, ja. Dafür wäre ich eigentlich nicht so weit gekommen, glaube ich. Wir haben es im zweiten Rennen, haben wir dich so ein bisschen verfolgt und haben gesehen, dass das Auto unglaublich stabil lag. Und da war meine Vermutung, dass dieses Setup ausnahmsweise mal vielleicht schon Alex ist. Aber egal. Im zweiten Rennen, Laufsieg, sehr souverän letztendlich, oder? Ja, also, ähm, der Start war natürlich gut. Ähm, konnte ein, zwei Leute am Start cashen. Und, äh, ja, die erste Kurve war natürlich, ist immer eine heikle Ecke, finde ich. Und, äh, Alex hat mich getroffen und konnte gerade das Auto noch so abfangen. Ähm, schade halt für Alex, dass er halt ausgekegelt wurde oder durch so einen Fehler halt. Und, äh, ja, konnte dann halt im zweiten Rennen Platz und Platz gut machen. Und, äh, ja, auf einmal war ich dann Zweiter, äh, ja, und dann hatte ich auf einmal nur noch den Thomas vor mir. Und, äh, ja, den wollte ich auch noch unbedingt holen. Und, ja, bin ich froh. Ja, großartige Geschichte, mein Lieber. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Also, das ist natürlich, äh, ja, schön mit anzusehen, dass wir hier dann auch, äh, wirklich nicht nur ein oder zwei Laufsieger über die ganze Saison sehen, sondern, dass das wirklich auch mal ein bisschen durcheinander geht. Ähm, Jens, wir haben was ganz Dramatisches vergessen. Der Waxi hat mich da gerade dran erinnert, weil, äh, ja, weiß ich nicht, ob ich mal selber dran gedacht hätte, aber wir haben ja noch eine zweite Wertung, ne? Ja, ja. Ja, ja, jetzt tun wir so, als ob du das auf dem Zettel gehabt hättest, also mein Lieber. Guck dir das Stream an, wie oft bin ich drauf. Ja, eben, eben, gerade deswegen, ne? Wir haben hier sogar, wenn wir es richtig überschlagen haben, einen Doppellaufsieger. Ja, und, äh, nicht nur das, also, mein lieber Phil, muss ich jetzt mal ganz klar sagen, äh, herzlichen Glückwunsch. Also, zweimal Gentleman's Cup gewonnen und siebter Platz im zweiten Rennen im Hauptrennen. Das würde mich mal, da sind ja noch mehr. Andi Borde ist da vorne mit reingefahren und da würde mich mal jetzt wirklich ganz schwer interessieren, wie du, erst mal, wie du dich gefühlt hast, als du auf einmal da, durch was auch immer da vorne hingespült wurdest. Ja, ja, erst mal danke. Ähm, ja, das Gefühl, ganz normal eigentlich. Also, wie man, ist ja so im Tunnel drin, ich muss ja einfach erst mal gucken. Ja, ich soll lauter reden. Ja, du bist sehr leise, ich versuche die hier gerade mal ein bisschen lauter zu machen. Also, nicht für die anderen hörbar, aber zumindest im Stream. Ja? Okay, versuch mal jetzt nochmal. Ja, erzähl mal. Wir hören dich und ich denke, du bist jetzt auch im Stream einigermaßen zu verstehen. Alles klar. Ja, also, das Gefühl war eigentlich so wie immer. Ähm, ich meine, du bist ja so im Tunnel drin, du musst ja gucken, dass du da vor allem im zweiten Lauf bei so einem Startcrash nicht irgendwo einfährst. Und, ja, dann schaust du einfach, dass du die hinter dir nicht durchlässt. Also, so war es jetzt nichts Besonderes vom Gefühl her. Ja. Ja, auf alle Fälle wird das für dich jetzt die, ähm, die Führung bedeuten. Ganz klar. Und, äh, im Gentleman's Cup. Und, äh, ja, ich denke mal, da ist dann auch ein bisschen Freude zu spüren. Hoffe ich mal. Ja, das auf jeden Fall. Also, ich meine, es geht ja schon seit Provenz Hedge aufwärts. Und jetzt mit dem siebten Platz, äh, natürlich war heute ein bisschen Glück dabei mit den ganzen Crashs da vorne bei den Top-Leuten. Aber die Tendenz geht natürlich aufwärts. Und, ja, die Führung im Gentleman's Cup ist natürlich auch was Tolles. Ja. Das freut uns sehr. Andi, ist der auch hier? Der Herr Borde? Ja, na klar. Na, na klar, da ist er. Na, Mensch. Ewig nicht gehört hier. Ähm. Andi, Glückwunsch. Also zweiter Platz. Und, äh, 8 im NG Cup. Und 8er im, ähm, zweiten Lauf. Äh, wenn der Tom Krüger es auch noch irgendwie geschafft hätte, da, äh, dann hätten wir hier da noch, äh, ja, das wäre, ist ja, ist so schon ja ein Sensationsergebnis. Also, wir freuen uns, äh, nicht nur Jens, also ich hab's auch erwähnt. Also, es ist wirklich großartig, dass ihr da heute so ein Erfolg habt. Ist, war das abzusehen? Hast du dich besonders wohl gefühlt hier auf der Strecke? Oder war das jetzt einfach durch die Ereignisse, äh, gekommen? Ne, leider überhaupt nicht. Ich hatte, äh, extreme Probleme mit dem Setup-Bau. Oh, irgendeiner ist da. Der Axel. Ja, äh, ich glaub der Axel. Ja. Ja, wie gesagt, äh, viel ins Training, äh, investiert, aber irgendwie, äh, nicht das passende Setup gefunden. Und war dann, äh, heute im ersten Renn viel zu aggressiv. Und im zweiten Renn ging's eigentlich, da hatte ich dann nochmal einen Flügel raufgemacht hinten. Und, ja, dann lief's eigentlich ganz gut. Hatte dann zum Schluss mit dem Föhn noch einen schönen Zweikampf, der hoffentlich ordentlich fair war, aber sich ja dann auch durchgesetzt hat. Ja, ansonsten, äh, sauber durchgekommen. Leider ohne große Zweikämpfe, außer mit Phil dann zum Schluss noch. Ja. Ja. Ja, und... Ja, Wartungshaltung war natürlich ein bisschen höher. Ich wollte dann eigentlich schon mal so öfter unter die ersten Zehen so mitfahren. Ja, und das hat ja... Aber hier ist es nicht. Ja, heute hat's gut geklappt. Und, äh, ich sag mal so, ähm, ähm, es wird auch im G-Cup jetzt ein ganzes Stück nach oben gehen. Dann kommt natürlich noch dazu, ähm, äh, dass du hier mit dem achten Platz nochmal ordentlich Punkte in der Hauptwertung holst. Also, ich denk mal, doch ein sehr schönes, ein sehr schöner Renntag. Ein sehr schöner Rennmontag. Ja, auf jeden Fall hab ich so nicht mit gerechnet. Das stimmt. Ja. Boah, äh, sagen wir noch herzlichen Glückwunsch auch, äh, an den Maxi Wolte. Jetzt hier, ich hab jetzt momentan nur den zweiten Lauf. Ich weiß nicht, Jens, ob du, ja, du hast keine Übersicht, ne? Nee, vom ersten hab ich auch nicht, aber auch nur den zweiten. Ja, ich guck gleich dann noch in den ersten, ob da noch irgendwie, ähm, genau. Und, ähm, ja, Maxi, erzähl mal so ein bisschen. Ich meine, auch bei dir ist es ja dann im zweiten Lauf richtig gut gelaufen. Ja, also ich tendiere, äh, eher zum ersten Lauf, da positiv was rauszustreichen. Ähm, also Lauf 1 kann ich nur sagen, war ich rundenlang hinterm Robert Stratner hinterher gefahren, was sehr, 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 sehr fun gemacht hat. Ähm, hat sich schön breit gemacht. Ich hab da zwei, dreimal angeklopft, also es war Racing Action vom Feinsten. Ähm, mit, also im ersten Lauf bin ich, glaube ich, Zweiter geworden im G-Cup jetzt. Und, ähm, das ist natürlich für mich unbeschreiblich. Also, ich weiß gar nicht, das ist, das ist halt einfach ein tolles Gefühl irgendwie. So, und, ähm, im zweiten Lauf bin ich dann eben vorgefahren. Ich bin Opfer des Startkollisionen gewesen. Äh, ich war innen von Start, äh, Platz 16, glaube ich. Äh, bin innen, hab gedacht, okay, ich drück mich innen ein bisschen vorbei. Auf einmal sehe ich, wie vorn mir jemand abfliegt. Und dann bin ich halt, äh, hab mich noch vorne links einen mitgekriegt. Dann war die Kiste ein bisschen beschädigt. Ähm, deswegen war ich dann mit Platz 12 im Endergebnis eigentlich relativ zufrieden. Hatte in der vorletzten Runde noch, äh, Daniel Streblo kassiert oder zwei Runden vor Schluss. Und mich dann an Enrico Range Arbel, da hatten wir dann noch einen kleinen Zwischenfall. Ähm, ich war beim Rausbeschleunigen in der vorletzten Kurve. Und, äh, für mich sah es so aus, als wenn er die Tür zugemacht hat oder so. Also, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann zurück auf 12 gekommen. Und natürlich da mit dem dritten Platz im G-Cup hier sehr, sehr zufrieden. Und, ähm, ja, zweimal Podium an einem Abend, äh, hatte ich noch nie. Auch wenn es nur in Anführungszeichen der G-Cup ist. Ähm, für mich ist das was, was Besonderes. Und auch nachdem meine Mama heute Geburtstag hat. Und, äh, ja, da ist, äh, ist die Freude halt dann noch ein bisschen größer. Und ich hoffe, dass es im G-Cup jetzt, jetzt noch weiter nach vorne geht. Manikur, freue ich mich sehr, sehr, ist ein besonderes Rennen für mich. Nächstes, äh, ja, Manikur eben. Ja. Und, ähm, ja, schauen wir, was daraus wird. Und ich denke mal wieder, dass ich, äh, ja, vielleicht nur in die Top 5 komme im G-Cup. Ja, wie gesagt. Weißt du, Lutz? Hm. Alleine dieses Interview war es sowas von wert, diesen G-Cup einzuführen. Ja, das stimmt. Das hat mir so viel Spaß gemacht, das jetzt gerade zu hören, weil das zeigt, wie sehr die Motivation auch von Leuten irgendwie motiviert wird, die jetzt im Mittelfeld fahren, ein tolles Rennen haben. Maxi, ich freue mich riesig, klasse. Genial. Ja, es war auch so. Also, wie gesagt, ich habe von Anfang an sofort Gas gegeben, ähm, mit dem Trainieren. Ich glaube, ich bin hier 700 Runden gefahren oder sowas im Training. Ähm, sehr, sehr viel mit Christian und, äh, mit, äh, den KAs, ähm, was sehr, sehr Spaß gemacht hat. Und ich habe mich auch sehr, sehr wohl gefühlt auf der Strecke. Und dann, äh, so ein Ergebnis halt im G-Cup dann rauszufahren, es geht halt doch irgendwie, also es ist eine Extra-Wertung. Und ich finde das echt eine klasse Sache, dass ihr das so, äh, ja, sag ich mal, gefördert habt, diesen zweiten Lauf, ne. Also, bei mir ist die Motivation echt hoch und ich bin top motiviert jetzt für Manni Kuh und für den Rest der Saison. Ja, perfekt. Freut uns zu hören. Und der Drittplatzierte aus dem ersten Lauf fehlt leider. Der ist nicht da, der Enrico. Ah, ich habe das hier eben nochmal kurz gecheckt. Ähm, wir werden uns eventuell noch irgendwas überlegen, was ihr, was die G-Cup-Fahrer eventuell noch an ihrem Namen machen können, dass wir das während des Rennens besser sehen können, äh, ob man da nicht irgendwas machen kann, beziehungsweise dann in den, in den Timings erkennen kann, wer da wo platziert ist, weil das doch ein bisschen anstrengend ist, weil doch einige Namen dabei sind, die jetzt wie zum Beispiel jetzt der Phil und der, der Andi und auch der Maxi, äh, jetzt hier nach vorne mitfahren und jetzt auch eine Rolle in der Hauptmeisterschaft mitspielen, ist das dann vielleicht ein bisschen schwer zu, äh, ja, auswendig zu lernen, die dann auch wirklich dann, man, man sucht sich dann hinterher hier zum Wolf und vergleicht hier ständig auch irgendwelche Listen. Schauen wir mal. Auf alle Fälle, coole Nummer. Das Ganze hat tierisch Spaß gemacht heute, äh, klar hat es Unfälle gegeben, gab es immer, wird es immer geben und, ähm, ja, der einen, der einen, den einen trifft es häufiger, den anderen weniger und ist nun mal so. Auf alle Fälle, großartiges Rennen. Ich bedanke mich natürlich wieder bei Jens und, äh, wir hatten heute richtig viel Spaß, wir zwei, glaube ich. Absolut, ich denke mal, Nick, die, die konstruktive Kritik, die wir hatten, äh, so ein, so ein bisschen das hintere Feld zu beobachten, äh, haben wir uns ja wirklich zu Herzen. Achso, die meinst du. Ja, genau, die meine ich, die haben uns auch sehr zu Herzen, genau. Ich dachte, die persönlich an dir, mhm. Wagsst du es mich zu kritisieren? Die hat für uns, finde ich, heute auch ganz, ganz viel dazu beigetan, dass wir unglaublich viel Spaß hatten, weil vorne, das war relativ schnell eingefahren, vielleicht wären wir trotzdem dabei hängen geblieben, weil wir haben uns diese, diese Kritik eben zu Herzen genommen, haben ganz viel aus dem hinteren Fell gezeigt und haben da wirklich, wirklich tolle, tolle Rennen gesehen. Mhm. Genau. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir einen ziemlich grandiosen Rennabend und freuen uns auf, äh, ihn jetzt wieder drei Wochen, hoffe ich mal, ne? Oder? Ja. In zwei Wochen. In zwei Wochen. Ja. Oh, in zwei Wochen, meine Gute. Ja, da muss die Burnout ja noch redaktieren. Obala, auf Manikur und, ähm, ja, ist, glaube ich, auch noch gar nicht so lange her, hatten wir irgendwie auch erst vor kurzem. Ja, bei mir. Genau. Also, Leute, ich möchte mal darauf hinweisen, ja, in zwei Wochen ist genau der ausgerechnete Termin meiner Tochter, also, ähm, ja, schauen wir mal, wie das klappt. Ja, dann nimmst du halt mit, mein Gott. Ja, auch mit. Genau, in dem letzten Mittelkreis. Ja, also, ihr Lieben, schönen Abend, wir sagen jetzt hier tschüss bei Simmeres TV und, äh, ja, bis in 14 Tagen in Manikur. Bye, bye. Tschüss.